Ja, das unbedingt machen. Es lohnt sich. Man kann das Leben verändern. Also wir sind hier im Wochenend-Seminar von Isabel, die Heilkraft des Herzens. Und du bist auch da. Wer bist du? Ich bin der Burkh Martin. Was nimmst du mit für dich, Martin, aus dem Wochenende? Ich habe sehr viel Erkenntnis, sehr viel Wissen und sehr viele Anleitungen, wie man es anders könnte machen. Und sehr viel Optimismus, dass man etwas verändern kann. Wie fühlt sich das Wochenende für dich an? Ja, sehr harmonisch und zufrieden ausgeglichen. Also es tut dir gut, das Wochenende. Ja, sehr gut. Das Wochenende, würdest du das jemandem weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich zum Hadern bin, ob ich das Wochenende machen möchte, mit welcher Botschaft würdest du mir das mitgeben? Ja, unbedingt machen. Es lohnt sich. Man kann das Leben verändern. Ausser man will es nicht verändern. Gut. Merci vielmals, Martin. Danke. 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 Vielen Dank.